Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Hallo zusammen! Willkommen bei Kapitel 5.6 Differentialgleichung bei Wachstum. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich direkt, was sind denn Differentialgleichungen? Deswegen mal, ein bisschen unüblich, direkt eine Definition. Ja, und zwei Differentialgleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen Funktionen und deren Ableitungsfunktion. Bei uns, in der Sprache, die wir bei uns in den letzten Videos benutzt haben, die Funktion war bei uns die Wachstumsfunktion und die Ableitungsfunktion war die Wachstumsgeschwindigkeit. Gut, aber was hat es denn damit auf sich? Wir gucken uns das jetzt getrennt an, erstmal beim exponentiellen Wachstum, später beim beschränkten Wachstum. Gut, wir haben ja mal den Graphen eines exponentiellen Wachstums dargestellt, also die Wachstumsfunktion f. Und wir überlegen uns jetzt mal, wie sieht an jedem Punkt dieser Funktion ihrer Wachstumsgeschwindigkeit aus? Wir gucken uns erstmal an, wenn noch wenig da ist, also in diesem Bereich, f ist klein, dann ist die Steigung auch relativ klein. Das heißt, die Ableitung ist da auch relativ klein. Wenn wir jetzt anschauen, wenn f relativ große Werte hat, ist gleicht sich der Graph ziemlich steil. Das heißt, die Ableitung ist auch ziemlich groß. Das heißt, es gilt folgender Zusammenhang. Gut, damit gilt, dass diese zwei Größen proportional zueinander sind, mit einem Proportionalitätsfaktor, den nennen wir jetzt einfach mal k. Und es gilt dann folgender Zusammenhang. f' von x ist gleich k mal f von x. Ja, und diese Gleichung, die wir hier gefunden haben, das ist eine Differentialgleichung, denn sie beschreibt einen Zusammenhang zwischen der Funktion f von x und ihrer Ableitung f' von x. Ja gut, aber jetzt haben wir diese Differentialgleichung uns ja nur grafisch überlegt. Können wir auch irgendwie überprüfen, ob die stimmt? Ja, wir nehmen doch einfach mal die Funktion für das exponentielle Wachstum, die wir schon kennen. Wir haben nämlich ein f von x damals im Video 5.4 benutzt. Was war das denn nochmal? Ne, f von x war einfach f0 mal e hoch kx. Okay, die könnten wir jetzt einfach hier einsetzen. Wir brauchen aber auch die Ableitungsfunktion f' von x. Und die könnt ihr jetzt mal kurz selber machen. Diese Funktion hier schnell ableiten nach der richtigen Ableitungsregel. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben hier unsere abgeleitete Funktion f' von x ist f0 mal k mal e hoch kx, einfach nach der Kettenregel. So, jetzt müssen wir die Funktion und die Ableitungsfunktion in die Differentialgleichung einsetzen. Herr Tanks schreibt es schon, einsetzen in DGL. DGL steht für Differentialgleichung. Und zwar diese Funktion hier, unsere Ableitungsfunktion, auf die linke Seite der Gleichung. Diese Funktion hier, unsere ursprüngliche Funktion, auf die rechte Seite der Gleichung. Und insgesamt erhalten wir somit die folgende Differentialgleichung. Gut, wir sehen jetzt sehr klar, auf der linken und auf der rechten Seite steht dasselbe, wenn wir es noch ein bisschen umsupieren würden. Also das passt, wir können da einen Haken machen. Wir haben es in Differentialgleichung eingesetzt und es stimmt. Okay, schauen wir uns das Ganze für das beschränkte Wachstum an. Okay, hier haben wir auch den Graphen des beschränkten Wachstums dargestellt. Jetzt irritiert mich aber was, weil hier kann man ja sagen, je größer die Funktionswerte werden, desto kleiner wird ja eindeutig die Steigung und desto kleiner wird ja auch die Wachstumsgeschwindigkeit. Das heißt, es ist gar nicht proportional, so wie hier drüben. Ja gut, aber es gibt ja noch eine andere Größe beim beschränkten Wachstum, die von Bedeutung war, und zwar das Sättigungsmanko, das was fehlt. Am Anfang sieht man, am Anfang sieht man, fehlt noch relativ viel. Und da fehlt viel, das Sättigungsmanko ist groß, die Steigung ist auch groß. Später fehlt wenig, Sättigungsmanko ist klein, die Steigung ist klein. Ah, okay, das heißt, hier kann man auch sagen, dass je kleiner das Sättigungsmanko ist, also sozusagen der Abstand zwischen der Schranke und dem aktuellen Funktionswert, desto kleiner wird auch die Steigung, das sieht man recht deutlich. Okay, dann schreiben wir das doch auch mal wie hier drüben als formaler Zusammenhang auf. Genau, denn auch hier gilt ein proportionaler Zusammenhang. F' von X ist gleich K, der Proportionalitätsfaktor, mal S minus F von X. Okay, und der Rest von dem ganzen Teil hier drüben funktioniert eigentlich genauso wie eben. Das heißt, jetzt seid ihr dran mit einigen kleineren Aufgaben. Ihr sucht die Formen raus, so wie hier drüben für das exponentielle Wachstum, hier fürs Beschränkte, ihr bildet die Ableitung davon, setzt das mal in die Differentialgleichung hier ein und überprüft, ob man auch wie hier drüben sagen kann, ja, das passt. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Okay, wir haben zunächst mal wieder die Funktion, die ist einfach aus dem entsprechenden Video, das war 5.5. Wir haben die Funktion abgeleitet hier drüben nach der Kettenregel. Im Regel, dadurch, dass das minus K nach vorne kam, ist das Minus hier weggeflogen. Das S hatte keine Variable, ist deswegen sowieso weg. Also haben wir Funktion und Ableitungsfunktion. Gut, danach muss man es in die Differentialgleichung einsetzen. Auf der linken Seite steht die Ableitungsfunktion, C mal K mal E hoch minus Kx. Und auf der rechten Seite steht K mal, Klammer auf, S minus und dann in Klammern die Funktion selber. Da muss man auf die Klammern auch achten. Gut, dann rechnet man das aus. S minus, S fliegt erstmal weg. Und dann hat man ja noch Minus, Minus, C mal E hoch minus Kx. Das ergibt sich zu Plus. Sollten wir nur noch K mal C mal E hoch minus Kx stehen. Die linke Seite braucht man gar nichts verändern. Und man sieht jetzt schon, wenn man es leicht umsortieren würde, das passt, wir machen einen Haken. Und das stimmt, die Probe einsetzen, Differentialgleichung stimmt. Okay, was solltet ihr euch merken? Beim exponentiellen Wachstum kennen wir ja schon. Neu ist aber die sogenannte Differentialgleichung, wo die Ableitung in Zusammenhang angegeben wird mit der eigentlichen Funktion. Und die Funktionsgleichung vom exponentiellen Wachstum, die wir schon kennen, nämlich die hier, wenn wir die einsetzen in diese neue Gleichung hier oben, dann kommt da ein richtiges Ergebnis raus. Deswegen bezeichnen wir die auch als Lösung der Differentialgleichung. Äquivalent, auch beim beschränkten Wachstum, da haben wir auch eine Differentialgleichung neu kennengelernt. F' von x ist K mal das Zettigungsmanko S minus F von x. Und die Lösung, das ist die Funktion, die ihr bereits kennt, die da unten, die löst diese Differentialgleichung. Gut, und jetzt werden wir mal schauen, wie man mit dieser Differentialgleichung eigentlich rechnen kann, damit die auch Sinn machen. Ja, und zu diesem Kapitel hat der Fernrich versprochen, mal wieder ein richtig tolles Anwendungsbeispiel mitzugeben. Ja, und mein Versprechen löse ich natürlich auch ein. Hier ist es. Ja, was? Ein Kackhaufen. Ja, aber das ist, wollen Sie sagen, Differentialgleichungen sind scheiße oder was? Nein, das soll motiviert sein, sehen Sie doch, er grinst, ist doch schön. Ja, okay, stellen Sie sich mal eine Kläranlage vor. Ich will mir keine Kläranlage. Doch, stellen Sie sich eine Kläranlage vor. Und da ist Kacke drin, also Abwasser. Na gut, am Anfang ist noch keine Abwasser drin. Also auch keine Kacke. Ja gut, die Kacke kommt noch. Also die fließt so richtig rein. Also stellen Sie sich vor, die Kacke fließt da in die Kläranlage rein. 90 Liter, die quillt komplett über. Gut, ein bisschen fließt auch immer raus, 6%. Aber 90 Liter fließt da. Können wir vielleicht einfach zu einer sachlicheren Darstellung gehen? Ach so, sachlich wollen wir es haben. Bisschen weniger bildhaft. Ja, da habe ich auch was vorbereitet. Ist in Ordnung. In ein biologisches Klärbecken, das anfangs nicht verunreinigt ist, laufen pro Minute 90 Liter Abwasser ein. Die momentane Abbaurate des Abwassers in Liter pro Minute beträgt 6% des vorhandenen Abwassers. Stelle die Wachstumsgleichung auf. Wie ich gesagt habe, genau so. Ja, der eben gezeigte erste Teil der Aufgabe wurde für ungefähr einem Jahr aufgenommen. Wir sind mittlerweile ein wenig reifer und ein Jahr älter und möchten uns an dieser Stelle für die allzu zotigen Gags bezüglich des Aufgabeninhalts entschuldigen. Wir finden, Mathematik ist eine ernste Sache und wir sollten diesen Sachverhalt ja mit dem nötigen Ernst behandeln. Gut, deswegen gucken wir jetzt in der Aufgabe erstmal, ob wir irgendwelche Signale sehen, denn da sind welche. Und zwar momentane Abbaurate des Abwassers. Sogar die Einheit ist noch da. In Liter pro Minute. Wir kennen das immer Liter pro Minute. Das ist eine Art Wachstumsgeschwindigkeit. Und immer, wenn ihr Wachstumsgeschwindigkeit in Aufgaben seht, dann könnt ihr euch die Differenzialgleichung, die wir gerade gesprochen haben, zunutze machen. Gut, wir suchen also eine Differenzialgleichung f' von t. Jetzt wäre es ganz wichtig, es ist nicht so, dass man eine Aufgabe anschaut und direkt sagt, so, das ist die eine oder das ist die andere Differenzialgleichung aus der Regel, sondern man macht sich von diesen beiden Differenzialgleichungen mal frei und versucht, auf Basis des Aufgabentextes einen Zusammenhang aufzustellen zwischen f' von t und der eigentlichen Funktion. Gut, in der ersten Zeile der Aufgabe sehen wir auch was. Da sehen wir, dass pro Minute 90 Liter Abwasser reinlaufen. Also ein fester Wert 90 pro Minute läuft rein, um den sozusagen der Inhalt des Beckens wächst. Deswegen plus 90 zu plus können wir aber weglassen. Außerdem sehen wir noch, dass was rausfließt und zwar 6% des vorhandenen Abwassers fließt raus. Ab- rausfließen heißt in dem Fall Minus, weil das geht weg, das geht nicht rein, das geht raus. 6% als Dezimalzahl 0,06 und das heißt, es ist hier das vorhandene Abwasser, also das Wasser, das gerade im Becken drin ist und das ist gerade f von t. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben hier per Definition eine Differenzialgleichung. Wir haben nämlich einen Zusammenhang zwischen der Wachstumsgeschwindigkeit und der ursprünglichen Wachstumsfunktion. Gut, und immer wenn ihr soweit seid, dann müsst ihr euch an die zwei Differenzialgleichungen erinnern, die ihr kennengelernt habt. Die müsst ihr auswendig wissen, die Differenzialgleichung für das exponentielle Wachstum und für das beschränkte Wachstum. Gut, wenn wir unsere Differenzialgleichung angucken, sehen wir, dass hier eine Differenz ist. In den Differenzialgleichungen, die wir kennengelernt haben, ist nun in der unteren, in der Differenzialgleichung für beschränktes Wachstum, eine Differenz. Es handelt sich hier jetzt um beschränktes Wachstum. Ja, jetzt ist es nur so, hier drüben haben wir eine Differenz und hinten das, was abgezogen wird, wird mit f von t multipliziert. Und hier haben wir einen Faktor, der mit der gesamten Differenz multipliziert wird. Das sieht also alles ein wenig anders aus. Ja gut, das kriegen wir einfach hin. Dieser Faktor, das ist der, der vor dem f von t steht, den müssen wir jetzt raus multiplizieren. Also müssen wir schreiben 0,06. Sie meinen aus Klammern. Aus Klammern, natürlich, nicht aus multiplizieren. Trotzdem mal Klammern auf. Gut, das müssen wir uns überlegen. 90 geteilt durch 0,06. Ich habe es gerade mal ausgerechnet. Das ist 1500. Okay, also würden hier 1500 stehen. Und hinten bleiben einfach f von t übrig. Wir überlegen uns kurz, ob das so Sinn macht, wenn wir es jetzt aus multiplizieren würden. 0,06 mal 1500, das gäbe gerade 90. Und 0,06 mal minus f von t gibt minus 0,06 f von t. Das passt. Und das hier, das kann man jetzt sehr gut mit unserer Differenzialgleichung hier vergleichen. Jetzt können wir direkt Werte daraus ablesen. Nämlich welche? Ja, wir können direkt das K sehen. Das ist nämlich 0,06. Das sind zwei Werte, die wir direkt aus der Differenzialgleichung herauslesen können. Jetzt gucken wir, welche Werte haben wir noch aus der Aufgabe gegeben. Na ja, f0 haben wir gegeben aus der Aufgabe noch. Nämlich am Anfang ist das Becken nicht verunreinigt. Das heißt, da ist kein Abwasser drin. Das ist einfach 0. Wie berechnen wir das 10 nochmal? Das brauchen wir auch immer. c wäre gerade s minus f von 0. Und s sind 1500 minus 0. Also unser c gerade auch 1500. Gut, dann können wir jetzt die Wachstumsgleichung aufschreiben. Wir haben alle Werte. Nochmal die Allgemeine. Die sah folgendermaßen aus. f von t ist gleich. Wir haben s minus c mal e hoch minus kt. Genau. Und jetzt müssen wir einfach nur all das einsetzen, was wir haben. Und das wären dann 1500 minus 1500 mal e hoch minus 0,06 mal t. Gut, wir sehen jetzt also, wir haben mit Hilfe der Differenzialgleichung die ganze Aufgabe gelöst. Ja, endlich haben wir also die ganze Scheiße hinter uns. Wunderbar. Wir wollten doch auf zotige Gags verzichten. Ach, einer geht immer. Na gut, mit diesem äußerst zotigen Gag verabschieden wir uns für das heutige Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.